Ja, liebe Bastelari-Freunde, ich liege hier im Krankenhaus, weil ich eine Nierensteinentfernung eigentlich bekommen sollte. Leider ist der Nierenstein noch drin. Aber da muss ich noch mal drin hier, aber ist nicht so schlimm. Müssen wir es halt noch mal versuchen. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist dieses coole Ding hier, was man jetzt hier im Krankenhaus hat. Mach das mal an. Da hast du hier so eine Übersicht, TV, Radio, Telefon, Internet und das weiß ich. Dann kannst du hier aufgehen. Dann kannst du hier Fernsehen schauen. Allerdings nur mit Kopfhörern. Aber ist natürlich eine praktische Sache. Jeder hat seinen eigenen Fernseher. Muss man sich hier nicht mit seinem Nachbarn umstreiten. Vorher hängen die Fernseher mal da rum, denke ich mir mal. Da sieht man noch die alten Dosen. Ja, aber von der Technik her nicht schlecht. Hiermit kannst du telefonieren. Das ist dann hier dein Telefon. Dann kannst du hier direkt wählen. Hier ist das los. Wenn du es angemeldet hast. Ich habe es jetzt nicht angemeldet. Ja, aber eine coole Sache war. Einfach gleich zu früh. Hier hast du noch Radio. Kannst die Radio hören. Ja, coole Sache. Wollte ich euch mal gezeigt haben. Vielleicht finde ich noch interessant, was es heute so viele Sachen gibt im Krankenhaus. Wobei man ja nach Möglichkeit vermeiden will, ins Krankenhaus zu kommen. Schönen Dank für Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.